Hier vor einem Tempel stehe schon etwas Schönes, oder? Kann man auch nicht immer so etwas Schönes sehen, hier im Hintergrund? Darum auf schön! Aber eben, man muss endlich da gewesen sein, ob man da gesehen hat. Wo ist denn da? Der andere hat mich gefragt, kannst du mir sagen, wo es da etwas Schönes zum Schauen gibt? Da habe ich gesagt, ja, nein, nein, nein. Im Fernsehen denke ich, oder ich weiss ja auch nicht wo. Willst du gehen schauen? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns ein anderes Mal wieder. Bleiben gesund und auf dem Weg! Und Tschüss!